Hallo Freunde des Videos, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt in Görlitz. Es ist der erste Advent und dann schauen wir uns mal um, wie die Sache hier abgeht. Das Wetter ist eigentlich soweit ganz schön. Es hat aber auch mehr oder weniger den ganzen Tag geschneit. Es hat Minusgrade, aber es ist noch auszuhalten. Einmal. Musik Hey Otti, wir sind doch hier auf dem weltberühmten, weltbekannten Weihnachtsmarkt von Görlitz, ja? Dem Görlitzer Christkindlmarkt. Ach der ist das? Ja. Ich habe mich schon gewundert, es ist doch nichts los hier auf der Bühne, sag mal. Wo sind denn die Christkindl? Ja, das ist halt Programm, nur zu bestimmten Zeiten. Na gut. Das Programm habe ich jetzt nicht parat. Ja, da müssen wir nochmal herkommen, um die zu erleben, stimmt's? Ja. Für mich eine reicht. Du hast kein Geld? Na gut. Rallye Hochschmecker von Gruske. Ja. 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 Musik 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 Jesus, das größte Geschenk, das größte Geschenk, das größte Geschenk, du bist Jesus selbst. Wie schmeckt dir denn der Rotwein? Ja, der ist gut. Das ist Glühwein. Der ist gut, der ist nicht zu süß, finde ich. Ja, wunderbar. Ja, der ist gut. Ja, der ist gut. Die Jagd nach dem Glühwein beginnt. Ja, der ist gut. Jetzt sind wir durch, ne? Ja. Mit der ganzen Veranstaltung hier. Lecker gegessen, lecker getrunken, schönen Isagebirgskäse gekauft. Und jetzt gehen wir nach Hause? Gut, dann gehen wir mal hier durch die Schwarze Straße. Wie weit ist es noch bis nach Hause? Nicht weit. Sind wir schon da? Nicht weit. Na gut. Durch diese hohle Gasse müssen wir jetzt gehen. Dann kommen wir auf die Isabelplatz. Und dann gehen wir etwas nach links. Genau. Und dann nach rechts. Noch 100 Meter und wir haben es geschafft. Ja. Angekommen. Tschüss. 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 Tschüss.